Excuse me, do you speak any German, English? Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch, English? Do you understand me? Verstehen Sie mich? I'm sorry, but I don't speak any English. Es tut mir leid, aber ich spreche kein English. I'm afraid, I don't speak English at all. Es tut mir leid, aber ich spreche überhaupt kein English. Yes, I can speak a little English that I learned at school many, many years ago. Ja, ich spreche etwas English, das, was ich vor vielen, vielen Jahren in der Schule gelernt habe. Yes, I can speak English quite well. Ja, ich spreche ziemlich gut English. What does that mean? Was bedeutet das? Could you say that again, please? Könnten Sie das bitte wiederholen? Could you repeat that, please? Könnten Sie das bitte wiederholen? Sorry? Wie bitte? Excuse me? Wie bitte? Wie spricht man diese Worte aus? Could you speak more slowly, please? I've got trouble understanding you. Würden Sie bitte etwas langsamer sprechen? Ich habe Probleme, sie zu verstehen. Could you translate that for me, please? Könnten Sie mir das bitte übersetzen? Could you write that down, please? Schreiben Sie mir das bitte auf. Could you spell that, please? Buchstabieren Sie das bitte. Excuse me? How do you spell? And surely can Sie? We push the beat, man.